Hallo liebe Cinecast-Freunde, heute mit einer kleinen Sondernachricht, ein Cinecast Intermission. Wenn ihr dieses hört, dann heißt das für euch, dass ihr am besten mal den Feed, nochmal wenn es geht, neu abonnieren müsstet. Der Henrik hat bereits einen sogenannten 301 Redirect auf der alten Domäne eingerichtet. Es kann aber sein, dass eventuell das nicht so sauber funktioniert, wie wir uns das vorstellen, gerade mit iTunes oder auch mit dem generellen RSS-Feed. Daher würde ich euch bitten, vielleicht über die Ostertage oder spätestens nach den Ostertagen einmal den Feed neu zu abonnieren, deabonnieren, abonnieren. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr auch in Zukunft die neuen Folgen vom Cinecast auf euer Gerät bekommt. Ansonsten werdet ihr uns erreichen auf www.cinecaster.de, also Cinecast und ein ER dahinter, .de. Domainumzug bzw. die Domäne der cinecast.de wird vermutlich in Zukunft auch wieder funktionieren. Da müssen wir aber erst mit Henrik nochmal so eine Domainübernahme hinkriegen. Da bin ich aber dran und ja, daher bitte ich euch im Zweifel, falls ihr plötzlich nichts mehr von mir hört, einmal deabonnieren, abonnieren. Dann sollte eigentlich wieder alles klappen. Und wichtig zu wissen, ihr findet uns halt auch im Netz auf cinecaster.de. Als Abschluss vielleicht noch der Hinweis, die neue Folge kommt spätestens zum Ende April, also wie immer. Ich versuche mal so den 20. April anzuvisieren, kann es nicht genau versprechen, aber dann werdet ihr mich wieder wie gewohnt hören mit einem tollen Gast. Und ja, so soll es sein, wenn denn nichts schief geht. Also bitte sicherheitshalber deabonnieren, abonnieren, dann seid ihr auf letzteren Seite. Vielen Dank und noch eine cineastische Zeit. Bis demnächst.